In diesem Video erkläre ich dir das Krankheitsbild der Orchitis, also der Hodenentzündung. Hierfür schauen wir uns genau Ursachen, die Klinik, Diagnostik und auch Therapiemöglichkeiten an. Der Begriff Orchitis bezeichnet eine Entzündung des Hodens. Dieser ist dabei stark druck- und berührungsempfindlich. Ursachen sind insbesondere aufsteigende Bakterien, aber in manchen Fällen auch virale Infektionen, wie zum Beispiel bei der Mumps-Orchitis. Die Orchitis ist eine mögliche Ursache der Unfruchtbarkeit. Die Therapie ist symptomatisch, Antibiotika können in entsprechenden Fällen zum Einsatz kommen. Differenzialdiagnostisch sind insbesondere die Hodentorsion und die Epidymitis, also die Entzündung des Nebenhodens, abzugrenzen. Bereits 1834 unterschied Johann Lukas Schönlein nach ihrer Ursache die einfache Orchitis, also einschließlich der traumatischen Form, von der Orchitis rheumatica, der Orchitis erysipelacea, tripperbedingter Orchitis und arthritischer Entzündung des Hodens. Heute wird ursächlich vornehmlich von über den Duktus deferens, aufsteigenden Infektionen, bei vorbestehender Uretritis oder Prostatitis ausgegangen. Häufige Erreger sind dabei Staphylokokken, Echirichia colii, Streptokokken, Proteus und Niserin. Selten, insbesondere bei der tuberkulösen und viralen Form, liegt der hämatogene Infektionsweg nahe, also der Übertragung über das Blut. Zusätzlich gibt es die Granulomatöse Orchitis, die bei älteren Männern auftritt und vermutlich eine Autoimmunkrankheit darstellt, sowie die sogenannte Lys-Orchitis. In Irland ist es einer Studie zufolge zu einem Anstieg der Orchitis-Fälle bei Teenagern und jungen Erwachsenen gekommen. Aufgrund einer Studie, die später zurückgezogen wurde, wurde Ende der 90er Jahre eine MMR-Impfung mit späteren Autismusdiagnosen und entzündlichen Darmerkrankungen in Verbindung gebracht. Hierdurch ließen viele Eltern, vermehrt in England und Irland, ihre Kinder nicht mehr impfen. Die Kinder kamen im Jahr 2010 dann in die Pubertät und sind damit vermehrten Komplikationen ausgesetzt, wenn sie im Rahmen einer der seltenen, aber möglichen Epidemien an Masern, Mumps oder Röteln erkrankten. Bei der Orchitis schwillt der Hoden zum Teil bereits binnen weniger Stunden an und ist schmerzhaft. Das Grotum kann dabei hochrot und glänzend werden. In vielen Fällen treten auch Symptome einer Harnwegsinfektion auf. Eine ähnliche Krankheitserscheinung können Nebenhodenentzündung, Hodentorsion, Varikozele, Hodentumor, Hydrozele und auch die Spermatozele hervorrufen. Wegweisend in der Diagnostik sind Inspektion und Tastbefund. Dabei ist auch zu beachten, dass eine Nebenhodenentzündung begleitend auftreten kann. Ergänzend können eine bakteriologische Urinuntersuchung und in unklaren Fällen auch eine sonografische Darstellung sinnvoll sein. Therapeutisch stehen Hochlagerung und Kühlung des Hodens sowie die Gabe eines geeigneten Antibiotikums im Vordergrund. Bei persistierendem Schmerz, also bei einem anhaltenden Schmerz, kann zusätzlich die Gabe abschwellender und schmerzlindernder Medikamente notwendig werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017